So, und noch ein paar Fotos an die Wand und fertig, Izzy. Willst du, Izzy, wirklich, willst du schon wieder fett werden? Das hatten wir doch schon mal durch. Ey, überhaupt nicht. Au. Ah, die blöde Bienen. Haha, vielleicht. Die Straßenfolge auf den Fuß. Was soll das denn heißen? Aber das sieht mittlerweile echt schön hier aus oben. Guck mal, ich habe hier draußen sogar so eine Curtains angehangen. Weißt du, weil wir denn so, so sehen wir aus, als wären wir ein Eisladen. Also, da kommen Leute, sagen hallo, wir würden gerne Eiscreme kaufen. Und dann schmeißen wir denen einfach so die Eiscreme an den Kopf. Bam, bam, bam. Guck mal, hast du die Bilder schon gezeigt? Oh nein, habe ich noch gar... Ah, die blöden Bienen. Au. Die haben wir noch nicht weggemacht. Aua. Das ist mir auch schon schade. Okay, warte mal. Du hast hier ein richtig süßes in deinem Zimmer. Guck mal, wie schön dein Zimmer jetzt aussehen. Das ist voll hübsch. Mega süß, ne? Ja, ich habe mich auch mit diesen kleinen Herzen hier gelangt. Und das Bild ist voll süß. Ja, das Bild, ja, ist alles voll süß. Ich habe auch ein Bild bei mir. Danke, meine Folge, geh weg. Okay, Entschuldigung. So, hier haben wir hier ein schönes Bild. Es sieht so hübsch aus. Ein bisschen Osterdekoration. Hier haben wir noch ein Bild. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist voll gut. Genau, falls ihr neue Fanarts habt. Wir haben noch ein bisschen Platz hier. Zum Beispiel an dieser Wand. Auf Instagram. Oder so. Einfach nur add Ronja oder add Riefer Ronja oder easy cheesy. Richtig. Und dann sehen wir das. Ah, diese Bienen. Warte mal, hast du mir das aufgehängt? Oder hinter dir? Easy. Verdammt. Ich wollte dich. Das ist in Wien. Entschuldigung, das ist ein Fade. Sauerei. Warum? Ich habe doch gar nicht Geburtstag, easy. Happy Birthday to you. Ich habe keinen Geburtstag. Happy Birthday to you. Ich habe keinen Geburtstag. Warum hast du dich schon lange aufgehängt? Ja, dann hast du irgendwann bald Geburtstag. Was heißt denn bald? Im August? Irgendwann dieses Jahr oder so. So, noch war ich hier nennen. Dann hast du ja nicht Geburtstag. Ja, aber in ein paar Monaten ist er Wurst eigentlich im Morgen. Können wir dir das aufhängen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch einen Wecker, damit wir aufstehen zu normalen Zeiten. Ne, ne, ne. Ich... Ich stehe nicht halt in deinem Bett. Mir doch egal. Wäre ja nicht das erste Mal angeblich. Ich bin müde, lass schlafen. Ja, okay, lass schlafen gehen. Gute Nacht. Ähm, Izzy? Izzy? Hörst du das? Was war das denn gerade? Hast du das gehört? Izzy? Mein Traum. Hey, Izzy. Hey, aufwachen. Was machst du denn hier? Ich habe draußen was gehört. Gar nicht wahr. Ich habe nichts gehört. Lass mich schlafen. Was soll das denn heißen? Gar nicht wahr. Ich habe nichts gehört. Lass mich schlafen. Easy. Ach man, Ronja, was ist denn? Geh doch selber nachschauen. Ich höre die ganze Zeit was. Ich habe Angst alleine. Mach die Lichter aus, dann finden sie uns nicht. Was? Was? Weiß ich nicht. Ich bin müde. Aua! Nein! Die Zähne! Ah, Ronja! Sorry. Was soll das denn? Was hast du denn gehört? Ich weiß nicht. Hast du das nicht gehört von hier draußen? Ich habe geschlafen. Ich dachte, das wäre ein Traum. Wollen wir mal nachgucken, woher das kommt? Vielleicht kommt das aus dem Haus. Vielleicht ist irgendwas passiert. Also, du willst jetzt zum Farmhaus? Wieso? Ich weiß nicht. Ich glaube, von da kamen die Geräusche, oder nicht? Echt? Also, irgendwie von hier draußen jedenfalls. Ich kann es nicht zuordnen. Ich bin auch von aufgewandt. Wir waren halt noch nie nachts auf der Farm, ne? Ja, aber ich meine, es ist ja eine Farm. Was soll denn passieren? Keine Ahnung. Ja. Siehst du? Die Tiere könnten ausbrechen und einen Aufstand gegen uns anzetteln. Die Tiere brechen nur dann aus, wenn wir sie aus Versehen freilassen, schon wieder. Stimmt allerdings. Was ist das? Ja, in den letzten Paar aus. Vielleicht können die uns sagen, was das war. So, die wissen es. Ich will die jetzt nicht aufhören. Ja, wir können ja alle wecken. Was ist denn? Halt mich so nicht. Vielleicht sind wir das nicht gehört. Da ist gerade das Licht angegangen. Im Wohnzimmer. Oh, schade. Sag ich doch! Hä? Aber vielleicht, okay, vielleicht sind die Leute am Farmhaus einfach noch wach. Aber wieso machen die es denn an und aus? Vielleicht sind sie schlafen gegangen. Aber die Tür ist auch offen. Äh, hallo? Ja, das ist ja ein bisschen creepy. Moment, da geht es schon wieder an. Da ist keiner. Okay. Hörst du das? Ja. Ich sehe so langsam, mache ich mir Sorgen. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Die Lichter flackern. Wollen wir nach... Ähm... Hier ist gerade eine Truhe aufgegangen. Hörst du das nicht? Doch. Hallo? Hallo. Guten Abend. Siehst du irgendjemanden? Nicht so richtig. Es flackert schon wieder. Oh mein Gott! Und Hilfe! Gott, ihr erschreckt mich. Aber... Also jetzt mal ohne Mist, da ist du doch was nicht. Vielleicht ist die Omi noch wach. Was? Oh, äh... Hast du das gesehen? Irgendwie... Was war da? Da war gerade irgendwas am Mixer. Da war gerade irgendwas am Mixer? Ja, da war irgendwas. Hast du das nicht gesehen? Ich hab nichts gesehen. Das hast du dir wahrscheinlich eingebildet. Nein, nein, nein. Okay, ich gucke jetzt drauf. Da war was. Da war was? Was könnte das gewesen sein? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Mixer geht an! Okay, ich geh raus, 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 raus. Vielleicht ist der wirklich ein Geist. Ich komm jetzt raus. Oh mein Gott. Und die Tür hinter dir zu. Nicht, dass der Geist mitkommt. Ach so, geh zu! Ich will nicht, ich geh nicht zurück. Okay. Wo wollen wir hingehen? Ähm... Ähm... Weiß nicht, äh... Ich weiß nicht, bei uns. Okay, komm mit, ich zeig dir was. Ich hab ein geheimes Versteck, okay? Okay, okay, okay. Da können wir übernachten, bis es wieder Tag ist. Okay. Komm mit. Hä, was ist denn das? Warum... Also, da stimmt doch was nicht. Hier rein. Was ist das? Das ist das verlassene Farmhaus. Hier ist es zwar richtig gruselig, aber hier können wir schlafen. Toll, das ist ja eine ganz tolle Idee, Izzy. Ganz tolle Idee. Verlassene Farmhaus. Willst du mich eigentlich veralbern? Hier, das ist meine Ecke. Nein, ich will hier nicht schlafen. Doch, gute Nacht. Nein. Okay. Geh in deine eigene Ecke. Au, Izzy. Ich will hier nicht schlafen. Das ist auch... Hey! Hier ist nicht mal irgendwas zum Schlafen. Was soll denn das? Was willst du denn machen? Keine Ahnung, was... Okay, vielleicht... Okay, vielleicht bilden wir uns das ein. Vielleicht war das kein Geist. Vielleicht war da einfach was kaputt mit der Sicherung. Das stimmt sogar. Ich meine, das war doch alles. Das war eben, glaube ich, eine Kuh. Ja, dann lass den Kasten suchen gehen, oder? Hast du eine Ahnung, wo der ist? Also hier haben wir es wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Weißt du es vielleicht? Ach so. Ah. Okay, danke. Und, in welche Richtung müssen wir? Hübschig aussehen in meinem Schlafanzug. Ah, natürlich. Das platziert ihr wahrscheinlich öfters. Ja. Muss sich die Tiere irgendwo anhalten und dann sagen, hey Izzy. Ich wollte schon immer mal sagen, aber... Ja, Mann. Goddammit. Okay, ähm, also realistisch gesehen müsste es ja irgendwo in der Nähe vom Farmhaus sein. Oder? Also... Vermutlich. Wenn ich ein Sicherungskasten wäre, wo wäre ich? Wo wäre ich? Ich wäre auf jeden Fall nicht beim Entenstall. Das wäre Quatsch. Da steht ein Motorrad von der Oma. Ja, stimmt. Beim Entenstall wäre Blödsinn. Haben wir gar nicht alle... Guck mal, wir haben hier sogar eins übrig gelassen. Voll nett von uns. Ja, wir haben gar nicht alle verkauft. Nee, wir haben nur diesen einen Vorrat, den sie unterirdisch noch hatte, verkauft. Okay, ähm, was ist denn... Gibt es denn irgendwo... Ah, was? Was, was, was? Das hat sich bewegt. Das hat sich bewegt, oder? Was? Das... Easy, 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 Was ist denn das? Nein! Was ist das einfach Pferd? Hä? Warte. Oh Gott. Easy, ist was heute sonst? Die Elektronik ist heute völlig verrückt. Äh, okay, wo... Äh, was machst du? Reitest du weg? Ich reite weg, ich reite davon. Haben wir noch ein Pferd? Ja, ich reite mit dir. Komm, Pferdchen, wir retten uns. Dein falsches Pferdchen, ist mir egal. Ah, das kann ich, das hat keinen Sattel, du russst ein anderer. Ja, ich wollte auf das mit dem Sattel. Jetzt. Okay. Okay, flieh. Guck mal, auf einmal kann ich gut reiten. Ja. Und jetzt komme ich durch jemanden zu, oder? Ehrlich? Nein. Oh nein. Pferd, ist zu dick. Ja, guck, 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 das ist das Weiße. Das liegt am Weißen. Ich komme jetzt mit. Ich fange ja trotzdem irgendwie hoch. Ah, das fällt mir. Ah, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Zurück. Ähm. Oh Gott. Du hast mich erschreckt. Ähm. Okay, easy. Such uns ein Versteck. Was nicht das alte Fahrenhaus ist. Oh Gott, ein Versteck. Ja. Wo sollen wir uns denn verstecken? Ähm. Sag du es mir. Hast du noch dein Schweinekostüm? Wir konnten uns das Schweine verkleiden heute Nacht. Nee. Ich hatte nie ein Schweinekostüm. Hä, wir waren doch mal Schweine. Ja, aber das war doch kein Kostüm. Stimmt, das war ein Traum. Ja. Wie das, wenn wir uns im Hühnerstall verstecken? Okay, das ist eine gute Idee. Ich mein, Motorräder fahren üblicherweise nicht, außer wenn die Oma da drauf ist, jedenfalls in die Nestle. Mach einfach zu, die können ja nicht reinkommen. Okay. Okay, okay. Okay, das ist gut. Ich schlapp oben. Was? Okay, dann schlafe ich hier unten. Nein, du kannst auch oben schlafen, hier ist genug Platz. Attacke! Was? Achso, meine Hand. Nein, da halb die nicht. Aber du kannst uns verteidigen. Ja, genau. Hä, aber mega gruselig. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Oh, toll. Was warten wir bis morgen? Ich denke schon. Ach, ich glaube, ich lebe mir jetzt hin. Das ist einfach ein Ding. Schätze ich mal. Ah, da ist es wieder was. Da kommen Schritte, oder? Oh, das ist die Oma. Äh, hi. Haha, da seid ihr beide aber ganz schön auf mich reingefallen. Was? Wie reingefallen? War das... Das habt ihr davon, wenn ihr einfach meinen ganzen Vorrat an Motorrädern verkauft. Sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Was, das war die ganze Zeit die Oma? Was? Äh, geprankt. Ich habe dich geprankt. Ich bin schlatt mit der Oma unter einer Decke. Das ist quasi... Easy. Oder, Oma? Ich glaube... Easy, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, sie lügt auch einfach nicht. Ja, okay, klar. Ja, okay. Dann ist ja alles gut. Nein, ich bin auf dem Motorrad. Nein, ich bin auf dem Ticket mehr. Oh, guck mal, das Pferd ist auf der Kiste. Guck mal, wie süß. Guck mal, es ist chillt hier. Stopp. Hey, what? Das chillt halt. Guck mal, es ist endlich wieder... Ja, was denn? Es hat sich halt gemütlich gemacht. Problem damit? Willst du dem Pferd sagen, wie ich jetzt schlafen soll? Guck mal, hier ist auch ein Motorrad für dich. Oh, voll gut. Wie viele hat die eigentlich? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich habe das Gefühl, wir haben echt viele verkauft, oder? Ja, eigentlich schon. Na gut, dann können wir wenigstens wieder in Frieden schlafen gehen. Das war es dann aber auch für diese Folge Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen netten Kommentar. Und falls ihr es, wie gesagt, machen möchtet, dann könnt ihr Easy und Meck auf Instagram verlinken. Wenn ihr einen Fanart habt, dann können wir die aufhängen bei uns oben auf dem Dachboden. Und dann haben wir mehr Bilder, mehr Deko. Alle sind froh. Der böseste Kommentar kriegt ein Herz. Genau. Jetzt mach ich eine Versprechung. Auf deinem Channel. Voll nett. Ja gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.